Mit ihrer Trennung war auch die Zusammenarbeit von Stefan Mross und Anna Karina Wojciak vorbei. Nun trat die Sängerin beim ZDF auf, und konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen. Sie galten als Traumpaar der Schlagerszene, waren sechs Jahre lang privat und beruflich intim. Punkt doch im November 2022 gaben Anna Karina Wojciak und Stefan Mross überraschend ihre Trennung bekannt. Warum der Scheidungstermin zuletzt erneut geplatzt ist, können Sie hier lesen. Auch die Zusammenarbeit der Schlagerszene war mit dem Ehe aus Geschichte. Jahrelang hatte die Sängerin regelmäßig mit dem Moderator für dessen Show immer wieder sonntags im Ersten vor der Kamera gestanden und in der Sendung die Rubrik Star-Küche präsentiert. Punkt nun tritt die 31-Jährige nur noch bei der Konkurrenz auf. An diesem Sonntag war sie bei Andrea Kiedel im ZDF Fernseegarten zu Gast. Noch ein böser Schuss gegen Mross, während Stefan Mross kurz zuvor mit seiner Show im Regen versunken war, bärformte Anna Karina Wojciak ihren Songs Moltok bei bestem Wetter. Punkt nach dem Auftritt plauderte sie noch mit der Moderatorin, und konnte sich einen Seitenheb gegen ihren Ex nicht verkneifen. Punkt ich muss ja sagen, dein Publikum ist erste Sahne. Die sind einfach so gut drauf. Der Hammer, schwärmte die Sängerin über die Fernseegarten-Zuschauer und betonte, das beste Publikum am Sonntagmorgen. Dass sie damit wohl auf die Konkurrenzshow ihres noch Ehemannes in der ARD anspielte, blieb auch vor den Fernsehbildschirmen nicht unbemerkt. Punkt noch ein böser Schuss gegen Stefan Mross und immer wieder sonntags, kommentierte ein Zuschauer bei X. Punkt ein anderer stimmte zu, Autsch, das war mehr als offensichtlich. Vor ein paar Jahren fand mein Schatz Anna Karina noch, dass das immer wieder Sonntagspublikum das beste Publikum der Welt ist, merkte ein weiterer User an. K countries x Recherin Können Können Können